Und los geht's! Ist mir warm, leckt mich im Marsch! Ich glaube, so langsam habe ich echt Bock bekommen mir mal die Serie Sword Art Online anzuschauen. Ich müsste leider nicht gestehen, ich spiele Spiele, obwohl ich die Serie gar nicht geguckt habe. Was ist das? Woah, Musik! Da-da-da-da! Woohoohohoho! Hahahaha! Alter! Halt! Ich glaube, da habe ich doch mal ein bisschen meine Schusswaffe gebraucht. Ich habe jetzt doch mal ein kleines bisschen die Musik runter gedreht. Ich hoffe du hörst schon überhaupt noch was vom Spiel. Was für ein Bug ist denn aufgetreten? Ichi! Was ist das? Mann, die Slicia, was macht die? Oh, das verdeckt doch nicht mit deinen Beinen deinen Schwachpunkt. Oh, oh, Granate. Komm, jetzt machen wir doch mal ein bisschen Nahkampf-Action. Oh. Jeeha. Done. Ja, geil. Unterhin durchgeschlagen. Und erledigt's. Was um Gatling-Geschütz. Uh. So. Achtung, ich hab wieder den Ton vom Spiel ein bisschen hochgedreht. Halt's nicht wundern. Was, das war mir jetzt grad während im Kopf. Echt ein bisschen arg laut. Ne. Okay, von der Höhle. Der Relikt eben ist zu den Einsamen hier. Okay. Jo, mach ma. Oh. Okay. Ja, gut. Hast du das Spiel auch auf der Playstation oder hast du Sword Art auf dem PC? Geil, ich hab da hier so Befehls-Menü. gut zu wissen. Ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das auf der Xbox gibt. Ah, nicht schlecht. So, wir sehen das. Ja, bevor ich zurückgehe, schau ich mir erst mal ein bisschen hier um. Oh. Und ab. Au. Blöde. Skorpion. Was ist denn das für ein riesiges Ding? Schau mal, ob es ein Ende der Welt gibt. Oh, hier ist Wasser. Da kommen wir nicht weiter. Hm. Oh. Und die kämpfen da oben. Oh. Und hier ist auch ein Gegner. Huh. Sandwurm. Na klar. Alter. Ganz entspannt hier. Da stein. Oh. Oh. Oh, 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 oho. Oh, oh, oh. Hey, die halten schon ein bisschen was aus, die Gegner. Nein, jetzt bin ich auch noch tot. Merkst du eigentlich keine Ahnung, ich konnte jetzt hier noch kein einziges Outfit machen, weil ich irgendwann nicht genug Stoff habe. Zumindest diesen schwarzen Anzug, so einen ähnlichen habe ich gesehen bei der Freundin von Kirito. Komm schon, ich stirb. Uh, die sind ja fast alle tot, ich glaube, ich haue lieber ab. Wollen wir schnell durchgucken ins Level angucken, aber sonst... Uh, Gegner, ganz viele Gegner. Oh, shit. Oh, da ist eine Kiste, die will ich haben. Wohooo! Oh! Schon schnell hier weg. Kaching! Boah, drei Level ab, drei Level ab. Läuft's. Das hat sich gelohnt. Unterschlupf freigeschaltet, ohne zu schießen. Ok. Ja, ist das nicht irgendwie der Sinn des Spiels zu schießen? Aber auch nicht schlecht. Au, au, au. Uh. So, wo muss ich denn hin? Da! Wo summt ihr so Marschoot Conflles ensurest, weil ich sehe ihn als immortelle? Wow. Da, 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 da , da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich bin der Kaffner, der Kaffner hat. Ich glaube, es ist eine gute Idee, Leih-chan. Sie sind ein paar Menschen, wenn sie ein paar Leute sind. Wenn sie ein paar Leute machen, dann machen sie es. Aber es gibt auch die Fielde-Boss, wie auch die Fielde-Boss sind. Die Fielde-Boss sind eher als ein High-Level. Das ist ja so. Ich denke, es ist ein Foto. Ich denke, es ist ein Foto. Ich denke, dass es das Foto ist. Aber wenn man hier die Foto von Foto auskontakt hat, dann kommt es ein Foto von der Foto auskontakt. Ja, eine neue Quest. ja gut die feinde überfahren geht natürlich auch nicht der schon wieder der scheiß stalker die Ich habe die Verkaufnahme zu verabschieden, und ich bin total auf die Eizigkeit der Eizung. Ich bin total wunderschön, aber ich bin total auf die Eizung, was ich glaube, dass ich ein Verkaufnahme zu verabschieden habe. Es ist möglich, dass ich die Verkaufnahme zu verabschieden habe. Aber ich weiß nicht, wie ich es genau weiß. Aber wenn ich die Verkaufnahme zu verabschieden, dann muss ich die Kosten auch nicht verabschieden. Es gibt keinen Schweren, aber es gibt keinen Schweren, und es gibt keinen Schweren. Das ist das Schweren. Ich habe es geschafft. Es ist ein Schweres. Was hast du von Sinon gehört? Nein, Sinon ist kein Schweren. Ich habe es gehört. Der Typ ist echt creepy. Ja, okay. Okay... So, um... So... So, ich habe auch einen neuen Lobungsring bekommen. Mal gucken was der so kann. Giftwiderstand... Joa, ist jetzt nicht alles so spannend. Intelligenz, LP Wiederherstellung... Max LP über eine Minute wiederhergestellt. Bewegung, Bewegungstempo, Nachladetempo. Das ist meine deutlich besser. Wobei die Hornbrille nicht so geil ist. Vielleicht kann ich ja die nochmal gegen den zweiten Verlobungsring austauschen. Ne? Hm, das hat meine Hornbrille... Bewegungstempo... Achbarkeit beim Hocken... Optische Abwehr... So, für den Schwertkämpf macht das eigentlich schon Sinn. Hm. Hm. Können die doch jetzt auch nochmal so einen Verlobungsring nehmen. Hm. 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 So, jetzt habe ich zwar so eine komische Augenklappe, aber naja gut. Welches Girl hast du genommen? Wobei gelaufen? Nein, ich will nicht kaufen. Verkaufen. Scheife. Hm. Hmm. Wee. Oh. Das verkaufen wir. Jetzt brauche ich, hier kann ich einiges verkaufen. Hmm. Ja, damit. Achso. Achso. Okay. Achso. Ja, money, 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 eh? Ja, ja.